Nächste Woche spielen wir um eine Milliarde, wollte ich schon sagen. Eine Million griechische Drachmen, meine Damen und Herren. Hier ist eine Stimmung, alle Leute sind gut drauf. Natürlich, denn der FC Bayern München ist endlich offiziell deutscher Meister geworden. Scheint die Leute ja doch nicht so zu fallen. Für eine Stimmung. Morgen der Februar-Finale, dann nächste Woche Champions League. Und ich weiß gar nicht, ob Sie diese Meisterfeier gesehen haben. Auf dem Marienplatz. Wahnsinn, was da los war. Und die Rede des Jahres hat natürlich Louis van Rael gehalten. Wenn Sie sich gesehen haben, hier nochmal ein paar Ausschnitte aus der fantastischen Rede von Louis van Rael. Schon gut mit dem Weißbier im Kopf. Okay, zuerst. Wer hat die beste Verteidigung? Es scheint Bayern. Es scheint Bayern. Und deswegen sind wir Meister. Und nicht nur von München, auch von Kölschentierchen. Wir sind die beste Verteidigung. Und vielleicht. Froh was. Ja. Oh, meier. Ja. Das war Sonntagnachmittag. Was viele nicht wissen, Louis van Rael ist bis heute immer noch auf dem Balkon und hält seine Rede. Wir sind mit unseren Kameras exklusiv dabei. Und wir schalten einfach mal kurz rüber. Wie sieht es denn aktuell am Marienplatz in München aus? Wer hat die beste Eingriff? FC Bayern! FC Bayern! Wer hat die schönste Haare? FC Bayern! Wer hat die Gans gestorren? Nee, wer die Fuchs, die Fuchs, wer hat die Fuchs gestorren? FC Bayern! Wer hat die Gans gestorren? Klar, ja, was? Louis van Rael ist immer noch bei seiner Meisterrede. Wir schalten nochmal schnell rüber. Wer hat die dickste Präsident? FC Bayern! Wer? Wer hat an die Uhr gedreht? Der Paul Schipanter! Der Paul Schipanter! Wer hat Angst für einen schwarzen Mann? Niemand! Aber jetzt mal im Ernst! Wer hat die jüngste Nutten? FC Bayern! FC Bayern! Karl ist immer noch auf dem Meisterschaftsbalkon. Ich bin noch nicht ganz fertig mit seiner Rede. Wir schalten noch mal ganz kurz rüber. Wer hat Amerika im Gegend? FC Bayern! Wer war die erste Mannschaft auf dem Mond? FC Bayern! FC Bayern! Was ist grün und stinkt nach Fisch? Gelsenkirchen! Ne! Rimmel! Hamburg! Wer hört dir überhaupt noch zu? Gelsenkirchen! Der Meisterfeuer alleine! Lauf rein!